Hallo und herzlich Willkommen zurück zur Phasmophobia, wo wir wieder Zähne sehen. Ich gebe ihn. Zähne sind immer gut. Nicht eh, ich will das Fücheln, nicht breit. Hallo? Kann ich? Doch jetzt? Oh ne Thaler! Nein! Lass den Scheiß jetzt! Sein Betaler! Ich bin an der damit nervt. Ich hab doch damit angefangen. Achso. De 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 de. Moin! Willkommen zu Wintersport. Gettet ein Wort. Ich hab auch Anruang gemacht. Oh! Hat den Spiegel gefunden. Ja jetzt benutze ihn doch mal. Dann hast du ihn. Den haben sie auch verändert. Wie haben sie auch verändert? Ja der macht jetzt noch irgendwas. Was macht der denn? Warte mal. Ich mach Foto. Ah! So, danke. Er ist in irgendein Zimmer mit nem Dings. Mit ner weißen Vitrine. Wir haben hier unten irgendwas gehabt. Oder hinten in ner Ecke. Eine weiße Vitrine müssten wir finden. Ich habe ein Muster. Ah! Schlafzimmer! Schlafzimmer? Ja! Schlafzimmer! Schlafzimmer! Ja das ist der Schlafzimmer. Habt ihr ihn? Ich mach mal. Hat Ölgeber eigentlich schon mal das Licht angemacht? Nein! Super! Geh mal los! Ah! Oh Gott hab ich mich jetzt erschrocken! Ja weil ihr den Muggel auch irgendwie aggressiv gemacht habt. Alter! Oh! Ich hab so die Maus erzogen ey! Oh! Ich hab mich so verjagt! Herr Jesus! Der ist schon wieder einfach in mir gestohlen! Was stimmt mit den Geistern nicht? Ihr muggelt mit dem Spiegel rum und ihr wundet ihn vor mal echt zurecht. Ja der Spiegel funktioniert nur wenn ihr ihn aktiv nutzt. Boah! Alter hab ich mich jetzt erstmal jagt ey! Und ich war nicht mal in der Nähe! Du solltest mal ein paar Pillen schlucken! Er hat zum Beispiel jeder gelutscht! Ja! Ja! Wurde gelutscht! Weil ich die Spiegel benutzt hab! Ich hab mich so hart erschrocken! Ja was kriegst du nicht? Äh hat jemand das Licht angemacht eigentlich? Äh ne! Ich war auf dem Weg aber dann kann der Muggel um die Ecke! Haha! Ich hab mich verjagt ey! Aber übelst verjagt! Ja was soll ich sagen? Oh! 0,1! Der ist hier im Flur! Der ist hier im Flur! Minus Temperaturen ist im Flur! Da ist hier im Flur! Ich hab mich verjagt! Was ist das? Ah! Ich hab mich verjagt! Oh! Ich hab mich verjagt! Ah! Ah! Das ist abschrecklich. Boah. Er kennt mich doch den Moors hier. Das ist eine Kacke. Kaputt mehr. Wie sind die Geister denn so einen Moment zu achten? Was soll der Mist? Geister-Boombox. Ist das ein Shirt? Ne. Ein Badetuch. Gefriertemperaturen im Schlafzimmer. Ja, hab ich doch gesagt. Schreibe bitte etwas ins Buch. Was ist das denn? Du musst mir mal nicht getrohen, du Arschloch. Ist er jetzt tot? Weil ihn ihn beleidigt hat? Oh, oh. Raus! 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 Ist er tot? Nico? Lebst du noch? Nico, lebst du noch? Ja. Der lebt denn noch? Der wollte mit Totten gehen. Der hat sich nicht mehr angemacht. Ich dachte mal. Alter, es ist ein Geist, der Sanity frisst. Ja, aber richtig. Der frisst richtig. Hat er mir einmal im Felt geloot? Ja. Alter, der Geist ist voll aggro. Alter, ich bin schon wieder runter aufwürdig. Hat er hier schon wieder den Drecksspiegel hingepackt? Ich habe den da vorhin hingepackt, weil Clown und so. Ich dachte, das wäre gut. Können wir verkaufen. Hast du keine Kamera im Zimmer? Ne, weil der vorhin hier im Flur war. Mit Rußtemperatur. Ja, da müssen wir alles nochmal umstellen. Warum? Ist der jetzt im Zimmer oder was? Der ist schon die ganze Zeit im Zimmer. Hä, ich habe immer noch ein EMF. Ja. Wollen wir irgendwas machen? Sag mal. Okay, ich habe Kamera und Dot mit. Ich habe hier eine Kamera und meine EMF immer noch am Zeitpunkt vorhin. Die, 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 die. Schön, dass das auch heute wieder hell wird. Dann brauchen wir das mal. Ja. Man. Warst du das? Das ist eben vorweg gespawnt. Finger abdrücke. Subi. Ey, waval, ich brauche drei Monate bis ich mich drehe. Was stimmt denn nicht mit diesem Geist? Nein, Emi raus! Alter, das stimmt mit den Scheißen nicht! Alter, 32! 33! Das ist effizient die Fülle! Muss ich dir fressen dafür! Ja, drücke! Oh, es könnte Dämon sein! Ja, das ist Hunderboden-Dämon! Der hätte uns um die Ecke gebracht! Warte mal, Fingerabdrücke! Und das Friedhelm ist der Hammer! Und Orb! Und ein Orb! Das ist ein Handtuch! Das ist ein feuchtes Handtuch! Warmes Handtuch! Das ist immer beim Fliegen! Das kommt aus der Küche! Der lag da kurz schlusslich! Rengleiche Challenge! Und das ist immer 20! Das kriegen wir hin! Oder 25 kriegen wir hin! Ne, ich hab das ja nicht genug genug! Janka hat doch schon... Oh! Das ist immer weil ich die Süchtige! Come on! Du musst du im... Warten! Ich hab doch geistige Kekse hingestellt! Der Spiegel ist unbestimmt! Ehrlich, der Beweis für ein Geist! Na ja, gut! Das Bild ist schwarz, also! Der Geist hat UV-Beweis hinterlassen! UV-Beweis! Okay! Es wurden ein paar Überrisse gefunden! Ah, super! Ein schwarzes Bild mit... Einfach jemand in der Hand drückt und sagt, da ist ein Geist drauf! Glaub dir doch keiner! Glaub dir doch keiner! Ja, genau! Ja, siehst du nicht da! Da! Das ist schwarzer Geist! Genau da! Im Dogenköln! Okay! Ein Handtuch! Das ist gar kein Thema! Ich geh rein, benutze die Spiegel ein paar Mal, denn sie sind unter 25! Oh! Er schmeißt Sachen durch, direkt vor Kamera! Oh! Verlust mich! Ich seh das nicht! Oh! Ich seh das nicht! Ich bin unter 25! Oh! Also ich bin unter 25! Ihr auch? Die Tür ist aufgegangen! Ja, macht Türen auf! Super! Ich bin unter 25! Der will mal lüften! Der lüftet Stoß! Ja! Wegen Corona-Vorschrift! Ihr beide müsst doch einmal kurz reingehen! Sind sowieso breit! Der Spiegel ist doch gleich in der Fritten oder was? Geh mal her den Schinken! Ja! Einmal reingehen, einmal benutzen und weg! Rechte Maustaste! Ey! Zwei! Rechte Maustaste! Ja! Was ist das Spiel denn mit Controller oder was? Oh! Deswegen ist er im Arsch! Oh! Er hat die Tür zu gemacht! Ach Scheiße! Er ist draußen! Ach Scheiß drauf! Der Spiegel hat jetzt nicht Spider-App! Der Spiegel ist im Arsch! Nico hat die Spiegel, Pokémon! Oh! Ich hab' geguckt durch! Oh! Null! Ich bin echt! Ich bin tot! Ich bin geisteskrank! Du bist dumm! Ach! So! Wir haben's aber geschafft! Wenn ich irgendwas kann, ist dumm sein! Yeah! Oh Gott! Gemeinsam dumm! Stehen die Kekse denn da oben auf dem Bett? Oder was? Ja! Der hat auch schon hingepackt! In der Bubbel! Der hat halt keinen Bock! Ne Geisterbubbelech! Und dann noch eine Bubbelech! Wenn er keinen Bock hat, hat er keinen Bock! Der muss aber Kekse fressen! He! Er muss Kekse fressen! Ja! Hast du keinen Bock? 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 Hast du einen Kack am Schuh! Machst du nichts! Kannst du halten wie ein Dachtäger! Aber Nico soll ja auch so einen durchgestrichenen Tambor bekommen! Bring mir der! Ein Enchiefment! Ah cool! Cool! So in-game halt! So ne Sache! Dann bist du kein Praktikant mehr! Boi! Was will ich dann? Praktikant geh! Festtagsgeisterjäger bist du da! Jippie! Wow! Dann nimmt er geistig auch Erd! Ey auf der Tastatur sind Nummern aktiviert! Du kannst hier die Rechnerkeit benutzen! Maschallof! In-game-Schwindigkeit! Da ist er! Da ist er! Kommt! Da ist er! Den Kopf ist der Weg! Ich kann nicht den Kameraden sehen! So! Will der jetzt endlich mal das blöde Ding da fressen oder was? Ich kann dich nicht sehen! Das ist so laut! Ich bin passiert! Wir haben gerade für uns die ganze Zeit Angst! Wir haben gar keinen Kruzzi-Fixer drin! Aufgeschessen! Kruzzi-Fixer für Anfänger! In die Haken kommen Garten! So! Wir haben aufgeräumt! So! Du frisst endlich dich verfickten Scheiß-Kekse! Das ist noch nicht ganz fertig! Kekse! 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 Vielleicht kommt er auf dem Bett nicht dran! Ja, das war die Wart aufgeräumt! Aber einer muss noch die 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 Kopfkamera wegnehmen! Weißt du? Kubi! Läuft! Weißt du was? Wir fallen jetzt einfach nach Hause! Ich werde da eben nochmal reingegangen und die Kekse umgestellt! Aber okay! Ja, aber gut! Mach das! Du bist der mit den meisten Safety! Warum ist hier ein Schlüssel? Ich hab ihn mal mitgenommen! Das ist das Auto, oder? Ne, das ist eigentlich der Schlüssel für die Haustür! Die packt das einfach nur rum! Mal gucken, ob Keirin jetzt stirbt! Ui! 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 Jetzt schneit das auf! Warum stellen die nicht mehr da sind? Hat er die gesnackt! Ui! Oder hat das vorher auch schon... Ne, das hat doch nicht geschnackt vorher, oder? Es schneit! Ne! Äh, das schneit dann nicht! So! 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 Fertig! Stalker! Stalker Q, oder so! Charloby und so! Fertig! 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 Oh, Herr Gottes Namen! Pritzig! Überspringen! Oh, nee! Oh, nee! Hast du einen älteren? Ich habe irgendwo gar zu viel ausgegeben! ich bin brah ich bin brah ich bin brah ich bin brah ich stand über dich in meinem postboden so mein kurz einmal pinkel macht das ich habe es war dieses instrument das ist die nächste folge